Nach Feiern statt nach Fragen war auch eine argentinische Journalistin zumute, die Messi beim Interview einfach mal ein paar persönliche Worte sagte. Das war die Welt. Das war für mich, das ist mehr großartig als jeder Copa des Mundo. Das ist ein Agradecimientos für ein Moment der Glück, das so großartig ist, das zu viel zu viel zu haben. Ich hoffe, es mehr wichtig als eine Copa des Mundo. Das ist so, dass du.